Willkommen zu einer Aufnahme. Ich möchte euch heute einen witzigen Bug zeigen, den wir bei CSGO aufgetreten sind. Das ist halt das Hydra, Operation Hydra, der draußen ist. Anscheinend bin ich nicht der Einzige, aber traurig ist es auch nicht bei jedem so. Und zwar, hier sind keine Einschusslöcher. Ich schieße geradeaus. Anstelle, dass vorne ein Einschussloch ist, ist es auf dem Boden. Und zwar alle auf der gleichen Stelle. Also es ist ein bisschen lau, ich weiß auch nicht was. Es ist eine schöne Stur hier, wo ich lang gelaufen bin. Die Frage, die ich mir natürlich nicht stelle ist, treffen die Kulüme überhaupt? Aber es ist so, dass, keine Ahnung, jede zweite, dritte Kulüme oder so halt, dass es eigentlich in den Boden geht und ich da wo sie hin soll. Wäre natürlich sehr schlecht und es würde auch nicht nur mich treffen, sondern auch andere Leute. Ich werde mal gucken, ob ich den Bug beheben kann. Vielleicht liegt es ja auch an dem... Hier, ich habe mir ein neues Crosse gemacht. Ah, und die Sounds stimmen auch nicht und es sieht aus, als würde der Daumen irgendwelche Witze sind. Das war ein Punkt, habe ich mir gemacht. Blablabla, Crosse Generator. Was gibt es ja daran? Kann ich ja gleich mal bitten. Das ist interessant für euch gewesen. Okay, man trifft anscheinend doch noch. Man trifft anscheinend doch noch. Juhu. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer bist du.